aber starten soo Willkommen zurück bei Lululululutakings hab ich gesehen hab ich ganz genau gesehen Fee ja ich hab aus Versehen eins ge... ja ja mit 3 ja ja sicher sicher aus Versehen vor allen Dingen eh nicht sicher hab ich denn irgendetwas besseres? also bei mir wird auf jeden Fall nichts sein ja ich hab diesen Stab des Radar Gast aber der macht zwar gut Schaden und so weiter aber der ist nicht so so das meine gerade eine ganze Runde bei Guild Wars 2 dabei und zwei Gildenführer einer von meinem klar also meiner Gilde hat sich mit so einem anderen geprügelt und das hat drei Schaden und zwei Stunden gedauert dieses Duell ok das war so ewig das hat einfach nicht aufgehört Guild Wars gibt es ja auch noch oh nein Ratten ja er looted wenn was kommt ja ich hab's vergessen ich war gerade so in ich auch in Lootrage aber was hatte ich nochmal für eine Götterfähigkeit? ich hab so ein Gespenst heilen heilen achso er ist ein Gespenst der hat so ein Vögel auf dem Kopf kleben wenn ich meine Spezialfähigkeit mache echt? ja ich bleib einfach hier oben drauf stehen oh die haut ab von mir oh Aua 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 ich wollte hier oben drauf stehen bleiben und dann schießen ich wollte doch hier oben drauf stehen bleiben mensch das war's und hier haben wir jetzt schon alles weggelootet nö nö noch nicht looten die Dreckssäcke hier was? während der Kampf ist nein nein das muss ich mir mal ziehen mhm denn sowas gemacht also ist ja echt nicht wichtig von denen nö echt ja ja schwer so was kommt ey der Drecks ich hab nur drauf geschossen Aua ich hab jetzt nicht gemütet das waren jetzt die Viecher ja würde ich jetzt auch behaupten wir glauben dir jetzt kein Wort mehr und die Lieder sind lange uah shit abgekriegt die gehen aber relativ einfach mit den höheren Waffen macht man da wer ist gestorben? warum? weil ich nicht weil sie wieder looten wollte? nein nein das ist mein Lut der da liegt jetzt nicht mehr ja ich dass ich da reingelaufen bin dugeleid ich mich nicht nein alles gut äh fehlschwimmen auf ich kann halten ja was ich muss eben dann Umriss sehen da war ja ich war die ich war die ich war die wir können auch zusammeln wir können uns so vollgeheilt dankeschön ich bin da nicht rein mich auch nicht auch nicht ich hab Angst vor diesen Elfen gleich die? ja genau die hier ein Pümpel im Gesicht ja ein Pümpel im Gesicht Pümpel oh es ist der Pümpel im Gesicht ja der Pümpel im Gesicht kann hier oben schön stehen das ist fuck oh das nächste wird ja dafür kommt die nächste jetzt ja was macht die denn ach so die macht Bläschen ah Vorsicht Ratte naja ich seh schon ich hab ne Särker aua 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 das hat weh getan die machen komische Geräusche das macht mir ein bisschen lust ja ne das ist das ist glaube ich nicht Jufre oh dann hat man jetzt hab ich auch noch so ne Frau dabei hey was du damennach ich hab mir ne Elfenfrau geangelt doch normalen Frauenbringer nix genau ja ich hab keine Komplinenfrau gefunden ja genau also hab ich die Elfenfrau gefunden also hab ich die Elfenfrau ich weiß nicht mein Männchen über Zweifchen ist wenn du so eine Verkanzzeit so am 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 plätschern ist er immer gleich pinkel guck mal lau der Damage geht jetzt eigentlich von dem ne ja ach so von der Rüstung her ach so von der Rüstung her wer kommt ah Vorsicht ich mag diesen Plopp Aua Vorsicht hinter euch oh kommst du denn hin ja wir haben beide Hör warum hab ich ihn jetzt meinen Aua war das alles? das war nein er hat sich bestimmt die Kiste geholt neiiiin wie kommt's denn da drauf also nein das würden wir einfach nicht machen genau wir haben uns zwei Kisten ja genau mit einer gehen wir uns nicht zufrieden ach so ich mach den normalen ich hab extra noch gewartet ey und der einen Kiste hat sich da so ich hab heute ich hab gar nicht heute Facecam an na gut guckt da vielleicht auch mal jemand ich dachte das gucken alle nur wegen dir ach so also wegen der Facecam ach nein die Spacecam aber das ist ein glatt wir sind hier da sind sie aber im anderen rum dachte ich auch ja da kommen auch welche von hinten oh mein seife 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 aber ich hink fest Hinter dir ist noch eine, ne? Ja. Oh, Bio. Oh. Nein! Warte, warte, warte. Alter, der hängt genau in den ganzen... Hinter dem Regal sind Pilze. Pilze sehe ich schon. Ach, ich kann ja jetzt gar nicht. Meine Güterfähigkeit, ich wollte gerade sagen. Faye, hinter dir. Alles klar? Jo, da ist es wieder da. Wollt ihr eben stacken? Meinst du? Dürfen ihn nur noch, glaub ich, warten. Ja, ihr seid natürlich jetzt schon nehm looten, ne? Ja, natürlich, beim Heilen looten direkt. Dreckssicke. Immer. Klar. Ah. Bleib mal da hinten. Ja, ja. Ey! Ihr seid echt Dreckssicke. Was? Warum? Hm. Ich weiß einfach nur, was mir zusteht. Oh, genau. Ja, 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 ja. Fahrstuhl. Ah, Fahrstuhl. In die nächste Ebene. Das ist doch... Ja. Relativ gut. Da ist... Sind die Kisten. Da sind die Kisten. Danke, danke, danke. Nein, ich komme nicht an den letzten... Wie kommen wir da ran? Bio, was hast du gemacht? Ich glaube, das wird nicht. Na, ich glaube auch nicht. Na, ich glaube auch nicht. Na, ich glaube auch nicht. Nee, komm schon nicht ran. Ah. Datum mit 30 Gold. Ja, nein, nein, nein. Ihr habt bestimmt schon 120. Ganz kurz, einmal ganz kurz, äh, das Licht hinter mir ausmachen. Oh, 50 Gold haben wir. Achso, die geht an mir. Ja. Na, ihr blöd Männer mich immer... Oh, meine Haaren sind nicht gemacht. Huhu. Ne, meine auch nicht. Was? Haaren? Haare! Haare! Haken! Ist der Haken nicht gemacht? Nein, der Haken ist nicht gemacht. Ich werde taub. Unbedingt. So, ab geht's in die... Ist das schon die Bücherei? Ist das schon die Bücherei? Wo wir... Ja. Elendig verreckt sind. Ja. Du kannst Shift auch während eines Schwungs einen Schub bekommen. Hier. Ach, das geht. Echt? Echt? Da hat er mit 100 Leben. Plus 100 Leben. Ich muss mal ein Greenscreen irgendwie noch ein bisschen weiter ausleuchten. Besser Beanie nicht. Ne, ach mit 150 sogar schon. Mit 100 bei mir. Bei mir auch mit 100. Weißt du Bescheid, ne? Ich bin mal fast am sterben. Heißt das? Das ist ein Shop. Juhu! Bücherkisten. Achso, ich wollte grad sagen, geh wegfeeh. Bin ich gar nicht. Ich bin fest. Ne, ich nicht drüber. Das sind aber nett gemacht mit den Kerzen. Finde ich schon nice. Ja, gut. Irgendwas neues kaufen. Ich kann euch Geld geben. Weg nicht. Ich hab aber nichts sonstiges. Nee, hab auch nicht. Ich hab aber auch nicht. Ich hab aber noch den Kausen in dem Euro. Ich hätte noch den Morgenstern für Damage. Aber ne, will ich gar nicht. Was bringt mir denn die Fernkampfwaffe? 100 Damage. Ja. Was bringt der Morgenstern? 110 Damage. Ja, okay. Ja. Ist das unter? Gibt's hier überhaupt Pilze? Ne, es gibt diese Tränke. Diese Tränke gibt es. Ja, mit 10 irgendwie nicht. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Ich kriege ein 11. 11 Magier. Was sind die lebenden 11 Magier? Warum gibt's die hier? Aua! Oh, die machen Damage. Die machen Damage. Die machen Damage. Ja. Und die können sich heilen. Echt? Ja. Scheiße. Also viel springen muss sie hier. Wobei, ähm, sollen wir stacken lieber? Die treffen mich ja trotzdem, selbst wenn der tot ist. Jaja, die treffen dich trotzdem. Äh, stacken? Äh, ja, aber komm erstmal weg von den Kiechern. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, ob wir ganz schnell wegkommen. Aua, 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 aua. Sind wir jetzt alle Nack-Kämpfer? Nein, Fernkämpfer. Äh, Fernkämpfer? Ja. Aua. Bitte, was für das? Was? Weil ich kann heilen. Einer kann... Oh, nein, 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 nein. Nein, ich kann... Es steht dran. Das ist gut. Dann gib Gas. Oh, da hat der Bio aber genau noch Zeit, äh, äh... Die Frage ist der hier im Raum oder in den Nebenkom? Ah, er ist es im Nebenkom. Äh, wo ist denn der Trank? Da auf dem Tisch ist einer. Da im Regal auf und da hinten im Regal. Ja, also geh ich... Versuch die mal wegzulocken am Tisch. Ja, wie denn? Haha. Das ist, äh, nicht gerade sehr groß, die Räumlichkeiten. Aua. Da komm ich einfach grad nicht dran. Von hier aus. So, ein ist tot. Wo ist der andere? Der ist auch dort, den hab ich auch schon gut. Achso, dann warte, dann komm wir dich wiederholen. Also hier oben komm ich nicht wieder. Komm ich nicht dran. Setz dich drauf. Warte, darf ich mal eben Trank nehmen, bevor ich überhaupt... Ja, ich wollte dich auch heilen. Ja, da brauchst du dich jetzt nicht mehr drauf sitzen. Ja, gut, ich bitte. Ach, klar, bin dabei. Ach, ne, Bücherei ist auch böse. Ja, kannst du gerne. Ja, die wird noch ein bisschen schwerer. Irgendwie lässt du... Das lässt die Fähre immer ne Loot. Nee, ich hab hier deswegen noch mal dran vorbei. Bitte nicht. Ähm... Wie machen wir das jetzt? Sollen wir hierbleiben? Sollen wir... Ich bin auch dafür, wir bleiben einfach jetzt hier. Äh, sollen wir stacken? Wer auf wen? Das ist mir egal. Mir ist es auch egal. Komm, irgendjemand stackt? Ich kann heilen. Ich komm drauf. Okay. Der, der viel Schaden am besten macht. Direkt schon. Die sind so direkt auf Fae los. Guckt ihr, die wirst uns abballern. So. Hüppi, hüpp, 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 hüpp. Wieso krieg ich Schaden? Die treffen mich aber trotzdem, ne? Jaja, die treffen mich immer noch ein Stück. Ja, das war gut. Oh, hinter uns. Oh, die sind... Oh, Alter. Die schießen so schwarze Tinte, oder was? Ja, ja, sowas. Ich will nicht wissen, was das genau ist. Ne, Aua! Nein, oh, wenn die Tinte nicht trifft, das ist nicht lustig. Ne, das ist echt heftig. Das zieht viel ab. Und ich will eigentlich gerne mal. Gott, wir wart schon. Ne, nein, da hinter uns, oh, 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 oh. Den schaffen wir jetzt aber auch, oh. Ich muss ja sagen, wir haben echt gut Schaden ausgeteilt gerade, ne? Oh, auf jeden Fall gut. Ja, weil der andere bessere Waffe wie schnell ist als ich, aber ich Geld haben. Was ich mir schenken洗te . Nein, 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 ich glaube, ja. Das ist so hoch, gut, das ist so hoch. Jetzt bin ich 20, nein, ich habe meine Nein. Ich habe nichts zu gewirdいく. Nein, nein. Ich habe nichts zuspielen. Ich habe keinen heutigen Pass Ai, row resourcesЕ, wenn ich mich immer soweit erneut wurde, Am Anfang geht das ja halt noch schnell. Wir sind gleich tot, das wisst ihr aber noch. Das Denken direkt wieder? Ja diesmal, dann mach ich diesmal. Oh nein, das ist auch noch so eng hier. Oh, das ist mit dem Bücherwürrmann, ey. Oh, da auch noch einer. Ah, ist das übel. So, hau drauf, hau drauf. Die treffen mich trotzdem, die treffen mich einfach. Nein, aua, aua, aua. Ah, das ist jetzt übel. Oh, das ist sehr übel. Aber wir keine Götterfähigkeit haben. Alles klar, ich geh wieder weg, tschüss. Ja. Jetzt, live, ein Trank, ein Moment. Ja, sag Bescheid. Du musst nur auch Tranks drauf, ne? Ja, alles klar, zack, hau drauf, Faye. Hau auf die, die, die Nasen, äh. Oh. Die fliegenden Bücher, oh, mein Leben sieht gar nicht gut aus. Ja, ja. Das seh ich auch. Ja, die treffen dich auch, trotzdem. Ja, hau da mit drauf, hau da mit drauf. Ich mach gleich, heil. Viel mach ich sofort. Oh, oh, oh. Ja. Hau den weg, hau den weg, hau den weg. Du musst doch treffen. Du triffst gar nicht. Ja, jetzt treff ich. Es ist manchmal ein bisschen ganz so einfach. Ah, Mist, ey, warum sind die, die treffen auch so, ne? Ja, ich sag ja, die treffen mich, deswegen bin ich ja geschossen. Die Bücher, die fliegen. Bin ausgewichen die ganze Zeit und trotzdem hat er mich getötet dann. Auf welchen schießt du jetzt, Faye? Sag irgendwo. Sag dann. Ja, so wie ich gerade treffe. Hau den Ruf, hau den Ruf, hau den Ruf, hau den Ruf, hau den Ruf. Machen Blatt, Machen Blatt, Machen Blatt, Machen Blatt, Machen Blatt. Sauber. Oh nein, da ist direkt wieder ein neuer gesporen, das gibt's auch gar nicht. Aber, direkt mal eben meine Fähigkeit. Ja, hau drauf. Da hinten sind leider noch welche. Ja, ein neuer gesporen. Den einen haben wir platt, der ist direkt an der nächsten Stelle wieder. Die isporennd. Da unten da auf die Tasten so. Ja, ich auch nicht. Jetzt. Ich bin nass. Ich mach Dauerclick. Ich mach Dauerclick. Okay, das war. Ab da. Also, die Fähigkeit. Die Viecher sind aber echt übel. Da kannst du. Hoppla. Äh, gar nicht richtig ausweichen, ne? Nee, weil die eh eh. Da hinten waren noch Tränke übrigens. Nur mal so eine Info. Ich war aber jetzt keine zu relativ. Äh, noch ein bisschen, äh, bist du noch? Ja. Ach, wann hier schlagen. Ach, stimmt. Also, stimmt. Muss noch. Äh, wenn wir so viele Pilze gegessen, ich hoffe das nicht. Was? Bitte? Pilze? Ach, du musst verwundet. Ach so. Du musst verwundet sein. Oh. Wer hat? Ich wahrscheinlich, ne? Ja. Richtig. Niki Karte diesmal wieder. Äh, was kommt jetzt? Ähm, Wundis. Wundis. Und Würmer. Ne, auch Würmer? Was denn für Würmer? Ja. Ich hab Würmer, oder was? Oh, ich hab Würmer, oder was? Oh, ich hab Würmer. Oh, ich hab Würmer, der Hund. Oh, ich hab den von hinten. Uaaah! Hau mal ab mit deinem Köter! Ich wusste nicht, wohin. Ne, 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 der muss nicht Gassi. Der muss nicht Gassi. Heute nicht. Oh, Alter, da sind ja zwei auf einmal. Ich kann mich gerade nicht hochschauen. Aua! Aua! Au! Au! Ich hab mich hier einfach getroffen, ne? Boop, boop. Alter, die treffen ein, ja. Oh, Bio-Wolzer ins Decken. Ach, guck. Au! Ich bin hier hinten. Au! Ich kenn's. Alter, die hauen aber drauf. Die treffen auch von um die Ecke, ne? Ja, ja, die Liga fliegen dann, wenn du um die Ecke... Ich dachte gerade so, ah, kann's doch fettgeil ausweichen. Aua! Kannst du nicht. Aua! Oho! Ich, äh, Heimer. Ich bin jetzt in sich, weil das gut. Oh, jetzt ist hier ein zweites Spiel. Natürlich. Bah, was denkst'n du? Au! Äh, au! 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 No more! Kill! Aua! Oh! Oh! Äh, fail! Achso! Achso! Oh! Ah! Uah! Ich krieg hier gerade den Pops. Okay, wenn du dicht um die Ecke bist, dann, äh, treffen dich die Dinger nicht. Ja, aber so dicht kannst du nicht immer um die Ecke. Weil hier geht das relativ gut eigentlich. Wenn du schnell genug wegkommst. Aua! Ja, ich war jetzt gerade doof, weil ich der Saka hab, dann hab ich jetzt nix gesehen, weil ich den roten Strahle. Äh, ich hab da die ganze Zeit rote Zahlen, das ist voll ätzend. Äh, ätzend! Ich will nicht wissen, wieviel Schaden ich mach. Aber ich glaub, das wollen immer alles sprechen. Ich glaub, das war's jetzt aber. Boah, alter! Geh mir auf den Sender. Hier ist gar nix, oder? Ja, doch. Haben nicht schon alles kaputt gemacht? Und wieder durchgelootet? Wahrscheinlich. Bis auf die eine Kiste, die ich grad gekrabbelt hab. Aha! Achso, ich schieß hier direkt mit random irgendwo drauf. Ja, ich weiß nicht, wie das hier aussieht, deswegen ja so. Hier sind wir richtig! Erotika! Da müssen wir lang! Juhu! Äh, ist das der Fallstuhl? Ah, ah, Ah! Ich dachte gerade, oh, wir kommen weiter! Wir kommen weiter! Wir kommen weiter! Wir hatten jetzt aber auch kein Boss. Jetzt Crash-Game! Wir haben ja Boss-Übersprung. Ja, ist egal! Weiterer zurück. Nein, 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 ne, ne, tschüss, tschau! Ja, wohl eigentlich gibt es... Ne, die mögen ja nicht das... Nee, die mögen nicht zu einem ... Ist mir egal. Boah, Faye. Alter Pizzefresser. Diamanten gibt's auch so. Ich mein, mehr Diamanten, aber... Ganz ehrlich. Ich will den Boss nicht sehen. Doch, ich hätte schon gern gewusst.